Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr in dem neuesten Farming Simulator 2017 Internet-Radio-Streams hinzufügen könnt. Alles was ihr dazu machen müsst, ist erstmal den MyGames-Ordner auf eurer Festplatte zu finden. Der liegt üblicherweise auf eurer C-Festplatte, unter Users, euren Namen, Documents und dann in MyGames. Dort sind dann alle eure Spiele, die den MyGames-Ordner benutzen, aufgelistet. Das sind auch alle Farming Simulator-Teile. Dann geht ihr hier in den 2017er rein, das ist auch dort, wo man auch normalerweise Mods installiert. Ihr müsst aber nicht in den Mods-Ordner, sondern geht in den Ordner Music. Hier braucht ihr jetzt ein Tool, um eine XML-Datei zu bearbeiten. Ich verwende hierfür immer Sublime Text, das ist ein Programm, das eigentlich mehr von Programmierern verwendet wird, aber auch so ganz nützlich ist. Ihr könnt das auch mit zum Beispiel dem Programm Notepad++ machen, geht aber, meine ich, auch mit dem normalen Windows-Editor. Wie ihr das genau macht, könnt ihr auch einfach in Google herausfinden, falls ihr das nicht wisst. Öffnen mit Sublime Text mache ich jetzt hier. Dann bekommt ihr dieses Dokument, was nur aus sieben Zeilen besteht. Interessant sind jetzt für uns hier diese einzelnen Zeilen. Als erstes dekommentieren wir diese Zeile, indem wir das Ausrufezeichen mit den zwei Strichen dahinter weg machen und am Ende auch die zwei Striche löschen. Das Ganze sollte danach etwa so bei euch aussehen. Jetzt braucht ihr die jeweilige Streaming-URL von eurem Stream, den ihr euch gerne in dem Spiel anhören möchtet. Ich habe jetzt hier schon mal die von Isle of Radio rausgesucht. Was ihr dann hier braucht, ist eine URL, die auf .m3u endet. .mp3 funktioniert auch, aber ich nehme jetzt einfach mal hier die m3u. Ihr geht dann jetzt einfach hier auf die URL, könnt ihr dann einfach hier mal einen neuen Tab öffnen. Entschuldigung, diese URL braucht ihr dann und müsst euch die erstmal kopieren. Geht dann wieder hier hin und ersetzt einfach dieses hier, was in den Anführungszeichen steht, hinter dem href gleich Anführungszeichen oben, durch die URL, die ihr von eurem jeweiligen Stream habt. Ich kann das Ganze jetzt hier nochmal mit einem anderen Webradio-Stream machen. Hier ist die Seite auch nochmal, das ist eine Forum-Seite, in der sehr, sehr viele aufgelistet sind. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach mal die vom 1-Livestream nehmen, auch kopieren einfach, wieder hier rein, die Zeile unkommentieren und diesen href wieder auf den 1-Livestream ersetzen. Dann ist es noch ganz wichtig, dass ihr das Dokument wieder am Ende abspeichert und dann könnt ihr das Ganze auch wieder schließen. Wenn ihr es jetzt wieder neu öffnet, müsste das Ganze ganz normal aussehen, wie ihr es das letzte Mal bearbeitet habt. Wenn ihr jetzt in den Landwirtschafts-Simulator startet und dort dann die Taste 4, 5 und 6 benutzt, könnt ihr zwischen den verschiedenen Radiosendern wechseln und dazwischen sollte dann auch irgendwo euer Radio-Stream sein, den ihr gerade mit hinzugefügt habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial helfen. Falls es der Fall war, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr Probleme habt, dann lasst einen Kommentar da, wahrscheinlich kann ich euch dann noch weiterhelfen.